Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier zurück zu Spellbreak auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Dienstag und ja, ihr könnt euch nicht beschweren oder was? Ihr könnt euch nicht beschweren, ihr könnt nichts ahnen, der Sonnecheater bringt nur noch auf YouTube Spellbreak. Ne, 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 ne. Extra für euch am Sonntag ein Spiel über Fische gemacht. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und dann gab es noch einen Horror-Klassiker, also bitte. Also jetzt können wir ja entspannt Spellbreak weitermachen, ohne dass sich irgendwer beschwert da draußen. So, ich guck mal kurz in den Shop rein, 150 Münzen. Ja, guck mal, jetzt machen sie richtig krassen Scheiß hier rein, ne. So langsam, aber sicher hier mit Trachtenschuppe. Ne, schlecht. Also ich bin, ich meine, ich bin zufriedener mit meinem Assassin's Creed Ding. Aber ich würde gerne so ein Emoji haben, so wenn man gewinnt oder so. Was ist das hier eigentlich? Erledigt. Ja, zum Beispiel sowas. Irgendwie so, aber da fehlen uns noch 50 Münzen. Ja, die kriegt man da irgendwo. Die kriegt man da irgendwo hin. Dann sehe ich kein Problem drinne. Und wir werden mal gucken, was wir hier an tägliche Aufgaben heute bekommen. Und je nachdem, wie unsere Klassen sind, werden wir heute einfach mal wieder ein bisschen leveln. Äh, Blitz sowieso. Keine Frage. Was haben wir denn noch? Hier, guck mal hier. Spielen wir die erste Runde mal direkt mit Gift. Ist zwar jetzt nicht, äh, das Nonplusultra, aber geht schon klar. Ja, und für alle Live-Zuschauer da draußen, euch begrüße ich natürlich. Und, ähm, das Ganze kommt natürlich wie immer als YouTube-Folge. Und ja, nochmal den, äh, oder die Informationen für alle, die das erste Mal bei mir auf dem Kanal sind, wartet nochmal ganz kurz ab. Manchmal dauert es immer so ein bisschen, bis die Streaming-Qualität sich eingepegelt hat. So zwei, drei Minütchen. Aber wenn sie da ist, dann läuft's eigentlich recht. Okay. Es ist jetzt kein 4K-Stream. Aber es ist, äh, meiner Meinung nach, äh, trotzdem noch ansehbar. Selbst auf großem Fernseher. Oh, 16 Leute schon drauf, ja? Nö, da wurde halt ein Spaß. Ey, du da. Ja, genau, du da. Du da, hier. Das interessiert ihn nicht. Kann er mich einfach nur ignorieren. Das ist eine absolute Frechheit. Schwupp. Ach so, ich hab eine neue Fähigkeit mit. Seht ihr? Äh, die werd ich euch gleich mal zeigen. Und zwar gab's hier wieder, ähm, in meinen, bei den Körper-Upgrades quasi. Äh, da hab ich eine neue Fähigkeit. Ich kann jetzt, äh, zwei Runen mitnehmen oder halt, äh, zwei, also nochmal einen extra Handschuh. Wobei ich da sagen muss, ähm, extra Handschuh mitnehmen, ja, find ich so lala. Muss ich mal wirklich dazu sagen. Weil man merkt, ne, wenn du dann im schnellen Gameplay bist, ist es, du tauschst nicht wirklich. Weil meistens rennst du ja schon mit den zwei Handschuhen rum, mit denen du gut unterwegs bist und die du vielleicht auf episch oder legendär gefunden hast. Ähm. Schwierig. Zwei Runen dagegen? Super. Super. Also das läuft, äh, wie geschmiert. Einmal, äh, eine schöne Rune mitnehmen wie Unsichtbar oder halt hier Teleport. Und dann natürlich nochmal die Rune wie den Wolf, um halt immer wieder abzuscannen, wo das ist, ne? Klar, du hast diese Cooldown-Zeiten, du kannst sie nicht immer direkt hintereinander verwenden. Scheiße, ich hab grad nicht auf die täglichen Aufgaben geachtet. Ich glaube irgendwas mit Verursache Schaden am Boden und irgendwas anderes Spannendes. Aber erstmal müssen wir ja Schaden mit Gift machen. Also, zwei Mana-Schreine. Wir haben aber noch nicht direkt hin, wir werden erstmal hier landen. Und ich hoffe, dass wir nicht Besuch bekommen dabei. Äh, noch keine Rüstung. Hm. Oh Gott. Wo? Na, was ist los hier? Wo ist er? In der Luft. Ach, scheiße, jetzt wollte ich mit Blitz das mal. Ach, shit. Jetzt, wenn der sich von hinten einmischt, hab ich natürlich die Arsch gerade. Ey, das ist, wenn du die ganze Zeit Blitz spielst. Und dann auf einmal sowas hier. Lass den! War das mein Kill? Natürlich nicht. Du Sacki. Du Sack, hab ich gesagt. Was? Wie konntest du mich treffen? Ach, mit Gift ist immer so eine Sache, die wir so hin und her spielen. Aua. Aua. Menschenskinder. Hau ab mit deinem blöden Giftzeug. Ja, voll verschwendet, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Und sie knicken hier. Also spannend, das Duell hier mit Gift. Das sieht immer so aus wie ein Klopf mit Zeitlupe. Ja, nicht von oben, nur einen anderen Handschuh. Ja. Ist ja super, dass du jetzt noch den Handschuh hast. Oh, hast du den jetzt hergekramt? Ach, leck mich doch am Arsch. Mann, 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 Mann. Was für ein Einstieg hier. Wo gibt's denn sowas? Ach, der Möp ist auch mal wieder im Stream. Grüß dich. Mensch, du hast doch lange nicht mehr gehört. Lange nicht mehr geschrieben. Sachen gibt's. Die gibt's ja auch nicht. So. Erste Runde haben wir jetzt ein bisschen, ja, vergeigselt. Aber Gift geht langsam Richtung Rang 6. Und dann haben wir die Kacke abgeschlossen. Und dann können wir wieder Blitz nehmen. So, jetzt können wir auch ein bisschen sehen. Verursache am Boden 200 Schaden. Jupp. Verursache in der Luft 400 Schaden. Jupp. Und versuche... Okay, wir müssen danach eigentlich einen Feuerhandschuh spielen. Machen wir mal. So, was schreibt denn der Möp? Äh, grüße dich, ja. Habe momentan viel selber um die Ohren mit dem Schuluhl und so. Ach, ja, guck. Guck. Ja, man lernt ja bekanntlich nie aus, ne? Ja, mir geht's gut. Auch viel zu tun. Viel auf Arbeit, viel Stress. Deswegen zurzeit auch, äh... Mache ich mal einfach, indem ich einfach ein bisschen über Twitch, ein bisschen streame und das Ganze dann für YouTube vorbereite. Damit ich überhaupt noch was machen kann derzeit auf meinem Kanal, weil einfach zu viel zu tun ist derzeit. Und Mitarbeiter man, nach wie vor. Nach wie vor. Was arbeitest du denn nun? Ja, das sind so Dinge, die sagt man nicht im Stream. Machen wir mal so. Nicht im Stream. Nicht im Stream. Schlimm genug, dass ich ja letztens gesagt habe bei YouTube, dass ich mal ein gelernter Friseur war. Oder ich bin ein gelernter Friseur. Kann man ja auch so sagen. So. Jetzt gehen wir ja erstmal landen und dann... Schauen wir uns doch gleich mal um. Lesen wir hier mal kurz die Zeitung. Oh, da unten sehe ich eine Rüstung, oder? Nee, denkste. Gucken wir mal schnell da drüben. Irgendwie das Gefühl, ich werde beobachtet. Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Ist ja jemand. Noch sieht's ja recht ruhig aus. Was natürlich doof ist, ne? Wir wollen natürlich, äh... Eigentlich Schaden verursachen. Okay, so weit haben wir es nicht. Ah, hast recht. War eigentlich komisch, ne? Eigentlich dürfte es gar nicht sein. Eigentlich dürfte es gar nicht sein. Ich denke mal, Corona wird den einen oder anderen getroffen haben. Seinen Job sind... Eigentlich viele Bewerber auf viel zu wenig Jobs da. Nur nicht bei mir. Frechheit. So, wir checken noch kurz hier die Lage. Naja, besser als gar keine Rune. Ne, wir wollen das Ding erstmal mit. Bis jetzt haben wir echt Pech hier. Also, erste Runde keine Rüstung gefunden. Zweite Runde bis jetzt. Naja. Geht so. Und das, obwohl wir zwei Epic-Schreine geöffnet haben. Was haben wir da hinten? Das ist zumindestens was Kleines. Vielleicht ist da was drinne. Mal auf das Ding hier. Naja, immerhin schon mal den Gifthandschuh verbessert. Na, mal gucken. Vielleicht war da hinten noch keiner dran. Vielleicht hab ich Glück. Halt! Da leuchtet was Blaues. Und schwupp. Naja. Super. Wieso kann ich die jetzt nur tauschen und nicht mit... Ich hab doch die Fähigkeit mit, dass ich die... Moment mal. Ich hab doch die Fähigkeit eingepackt. Oder hab ich die jetzt noch nicht voll... Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal verstehe ich's nicht. Ach, hier, guck mal. Mini-Schild. Na, nehmen wir da das mal. Ah. Hier noch was Spannendes. Ja. Ah. Ah. Ah, scheiße. Nee, hier war schon inner dran. Hier war schon inner dran. Ja, tollen Schild. Also jetzt haben wir zwar nur Rüstung, aber das ist jetzt auch nicht der Kniller. Ach, guck mal da. Wo ist er denn hin? Ich will auf einen sicheren Schuss warten. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, warum drückt der denn nicht ab, der Sonneji. Aber der erste Schuss muss... Eigentlich sitzen. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Freund? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ach, der rennt mir aber auch zu viel rum, ne? Kleines Mäuschen. Guck einmal. Warte mal, der wird doch bestimmt da hinten an den Dings rangehen, oder? Jawoll. Zack. Jetzt hat er Angst, jetzt hat er Angst. Jetzt ist es soweit. Und er hat sich... ...glaub ich unsichtbar gemacht. Nicht ganz. Ach, so ein... ...so ein Fliegetyp ist das. Ja, jetzt hab ich mich selber wieder in Gift angesteckt, ne? Ja, das war Doom, das war Doom, das war Doom, das war Doom. Ach. Zu viel Schilde und ich hab ja nichts. Zweite Runde, auch Mist gelaufen. Oh, jetzt müssen wir aber langsam Gas geben. Okay, dann reden wir über das Gaming. Hast du die neue Xbox vorbestellt? Selbstverständlich hat er sie vorbestellt. Ach. Ja, nee, also... Ich meine, ich muss sie jetzt nicht unbedingt zu Release haben, aber ich hab mir gedacht, ach komm, Sanerji. Stell dir da Dinge vor und juht es. Dann bist du wieder glücklich. Ich meine, ich bin mit der Xbox X hier, bin ich auch zufrieden. Keine Frage. Oh, hab ich's durch? Oh Gott sei Dank. Ja, ich mag mittlerweile kein... Kein... Kein Gift mehr spielen. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so... Nicht so Jan zu Mainz. Verlangsamt, was? Erfrierung, Schocken, Verringerung, das erlittenen Schaden und... Oh gut. Statt welche Fähigkeit? So, jetzt müssen wir eigentlich den Feuerhandschuh spielen, ne? Ich will doch nur Blitz spielen, ne? Aber ihr da draußen wollt ja auch ein bisschen Abwechslung haben. So blöd, wenn ich immer Blitz spiele. Äh, zeig mal da. Wir haben aktuell bei mindestens 80% Mana, Zauberschaden 15%. Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Aber verlangen... Immun. Ja, Immun ist schon geil, ne? Ja, komm, hau mal das rein. Das ist schon nicht verkehrt. Spiel wir mal. Äh, ja. Wie gesagt, Xbox Series X natürlich vorbestellt. Freue ich mich drauf. Natürlich. Und, äh... Ich meine, ich find's gut jetzt mit dem Game Pass. Ich meine, ich hab ja nach wie vor den schon seit Anfang an. Den werde ich auch immer wieder verlängern, weil... Ich meine, ich brauch grundprinzipiell so gut wie kein Spiel kaufen. Das ist für mich einfach ein Riesenvorteil. Kann querbeet ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen zocken. Spiele bleiben lang genug drin, meiner Meinung nach. Also, ich hab da... Bis jetzt noch keine Probleme gehabt von irgendwelchen Spielen, die da... Aber, dass sie vielleicht wieder rausgehen oder so, nö. Ne? Und selbst wenn kann man das ja immer noch mit den, äh... Xbox Game Pass Rabatt... Immer noch günstiger kaufen. Also, ähm... Von daher... Find ich da schon echt ne coole Lösung. Und xCloud funktioniert auch ganz gut. Find ich echt nicht schlecht, dass das auch direkt in den Ultimate Game Pass mit drin ist. Also, da ist man eigentlich... Als Gamer ist man eigentlich rundum vor Ort. Und das find ich gut. Praktisch muss ich mich nix mit anderen Sachen beschäftigen. Das läuft. So. Ich sollte mich echt jetzt mal ein bisschen mehr hier auf, äh... Das Spielen konzentrieren. Jetzt krieg ich wieder Ärger. Aber wenn man diese Runde jetzt nicht, äh... Unter den ersten drei Platzierten sind... Also, dann wird's aber eng heute. Das wär ja schlimm. Wollen wir ja lange nicht mehr her. Was war denn das? Habt ihr das gerade gesehen? Holy moly. Habt ihr diese riesen Eiskristallberge gesehen? Bescheuert. War das ein Grafikfehler? Hast du ja noch nie gesehen. So. Wollen wir nochmal gegen... Wo je denn da? Hier hinten werden viele runterdonnern. Und wir müssen mit Feuer Schaden machen. Ja, eigentlich müsste ich wieder aufs Ganze gehen. Aber der Kreis ist auch rot. Hier will auch jemand runtergehen. Also, egal wer. Wir werden ihn finden. Vernichten. Verzaubern. Nicht vernichten. Wir verzaubern ihn nur. Liebe Freunde. Ist ja kein Killgame hier. Wir verbannen nur. Alle schön jugendfrei. Wir gehen erstmal hier ran. So, und jetzt bitte, komm. Lasst mich jetzt direkt am Anfang mal einfach wieder Glück haben. Kann ich sagen, dass ich heute so ein Pech habe. Habt's gesehen, liebe Freunde. Alles cool. Alles cool. Wir werden uns jetzt schnappen. Und ich schnellstum. Wir haben Robberbanding. Scheiße. Und wir sind zu spät. Aber da ging nicht die Begrenzung. Beschwert euch jetzt nicht. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ah, er hat natürlich Blitze. Die sind natürlich wesentlich schneller. Ich meine, wir können auch mit dem Wind schießen. Ach, das ist halt nicht so viel Damage. Ach, fuck. Er hat schon ein Schild. Ja. Gött, dass das passiert, was ich mir gedacht habe, dass es passiert. Ey, so viel Pech kann man doch heute gar nicht haben. Ach ja, nehmt ihr die Rolle. Ich geh mich erstmal auf Level. Mein Gott. Mann, 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 Mann. Und nochmal, wir sind geschafft. Naja, schön. So, der wird uns wahrscheinlich auch verfolgen. Aber die Zeitung will ich jetzt noch schnell lesen. Und keine Rüstung. Warum sollte der Sonnetscher auch Glück haben heute? Ich meine, wir müssen mal überlegen. Uh. Wir wissen etwas. Vielleicht komme ich wieder zurück, mein Freund. Wir haben noch eine offene Rechnung. Gib mir mal den Wolf, bitte. Ja, sehr schön. So gefällt mir doch die Sache schon wesentlich besser. Ja, episch. Nehme ich auch noch. So, wo bist du? Jetzt können wir uns gerne nochmal sprechen. Kollege. Kollege. Wie weit haben wir es denn eigentlich? Geht eigentlich. Ich muss mal den ganzen kleinen Scheiß hier mitnehmen. Ist ja sonst noch irgendwas? Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher wegen dem Wind, den wir als Zweithandschuh haben. Ja, Blitz wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen lieber. Ist da gerade wer auf uns geschossen? Oder wo kam das Geräusch? Läuft da jemand? Ne. Na, wir werden unseren Freund irgendwann wiedersehen. Dann siehst du dich immer zweimal. Ach, verdammte Axt. Lecke mich am Arsch. Habe ich doch richtig geguckt. Wo? Wo bist du? Ich brauche was geiles. Ich brauche was geiles. Wo steckst du? Hans Philipp. Hans Philipp. Zeigen sie sich. Ach da. Hä? Wo soll ich jetzt hin? Ich habe doch gerade noch krabbeln gesehen. Wo bist du? Hans Philipp? Vielleicht will er so nicht genannt werden. Ja. Kombi hat geklappt. Das Problem ist, wir müssen jetzt auch eigentlich schon los. Aua. Halt die... Halt den Mund. Hör auf damit. Weiß Hans Philipp gefällt dir nicht, der Name. Aber... Da musst du jetzt durch. Ja, ich sehe, dass die Schilde unten sind, liebe Freunde. Aber wir kriegen Besuch noch von links. Und der hier ist auch noch da. Wir müssen Feuerschaden noch schnell machen. Oh Gott, wir haben keine Schilde. Wir haben keine Schilde. Kann man das eigentlich in der Luft verwenden? Natürlich nicht. Ja, auf mich zu verfolgen. Such jemand anderen. Na, sag ich doch. Nimm den. Viel besser. Mich wollt ihr doch gar nicht. Wir brauchen noch ein großes Schild auf jeden Fall. Ach, hätte ich meinen Blitzhandschuh. Ich würde euch alle zerstören. Ha! Ach, nö. Hast du mich gesehen? Er bereitet auf jeden Fall eine Attacke da oben vor. Sonst würde er nicht so lange in der Luft stehen. Wir ziehen auch mal weiter. Ja, ja, guck mal da. Was da schon wieder im Hintergrund alles abgeht. So, wo finden wir... Wo finden wir... noch... Schilde? Aber überhaupt ein Wunder, dass wir da erstmal lebend wieder rausgekommen sind, ey. Da ist was, da ist was, oder? Ach, mann, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt genau in die Richtung. Hallo? Ist hier was drinne? Ach, das gibt's nicht. Alles leer, alles... Ich jetzt gleich die ganze Aufwand. Nein. Ich hab gekackt. Das Scream ist... Kann mich aber auch... Hi. Hey. Spiel mal so ein Spiel und guck mal gleichzeitig noch, ob der Scream läuft. Na, super, Sonnichi. Ich hab doch... Ich bin doch nicht bescheu. Ich hab doch die Fähigkeit. Wieso kann ich nicht eine zweite Rune mitnehmen? Ganz eigenartig. Also, ich... Keine Ahnung. Ich hoffe, bei euch läuft's noch. Aber ich glaube, ich hab eine Riesenunterbrechung drinne. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hat. Auf jeden Fall hat hier einiges lahm gelegt. Sind auch nur noch fünf Gegner. Aber Schilder haben wir immer noch nicht gefunden. Wir werden mal gucken, ob wir hier jetzt was drinne finden. Neh, mich. Neh, den will ich. Verdammt. Wo? Hat doch einer Eis gemacht. Eis hast du gemacht. Ja. Voll weggerutscht, ey. Wo ist er denn? Komm her, hier. Komm her. Du willst doch Stress haben. Da. Jetzt kriegst du Stress. Ach so willst du's, ja? Hier, zack. Ja, da auf hier zu springen. Ah, da kommt noch einer, ne? Ach, leck mich doch. Ist grad mit den einen beschäftigt. Wir haben keine Schilde zum Aufladen, ey. Ja, der hat der Schilde. Ja, der hat Schilde. Ja, der hat Schilde. Herr damit, Herr damit, Herr damit, Herr damit. So, jetzt am besten ganz schnell. Und heimlich. Da darf keiner mitkriegen, ja. Keiner darf das mitkriegen. Sehr schön, der hat den Wolf. Tausch mal. Nimm mit die Kacke hier. So. Das hat er, das hat er. Schnell lesen. Schild. Äh, die Wand kommt gleich. Da hat er ganz viel Fleck in der gehabt. Ne, mega. Gut, dass wir den besiegt haben. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wer hier in unserer Nähe ist. Es sind ja nur noch zwei. Wenn die sich jetzt natürlich bekriegen würden, wäre das natürlich schon, äh, schön. Da hinten. Ja, lass die mal. Schön. Super. Lass die sich bekämpfen. Beobachte das schön, so ne, Chi. Schön die Schilde runter machen lassen. Wir stehen einfach nur da und gucken fein zu. Ja, mach das. Ja, schöner Kampf macht ihr. Traumhaft. Okay, der ist weg. Sammel es ein. Sammel es ein. Komm. Ja. Oh, 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 oh. Den hat er gut geteilt. Oh, 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 oh. Holy moly. Du bist aber nicht schlecht, Kollege. Oh, lecker mio. Ja, okay. Ja, ist okay. Ja, war gut. Ja, ich gebe es ja zu. Mensch, Leute. Gibt solche und solche. Und der war halt gut. Hat er gut platziert. Sehr schön. Es wird da Platz immerhin. Ein paar Aufgaben haben wir, glaube ich, auch erfüllt gehabt. Kann man so machen. Ähm. Sind schon wieder eine halbe Stunde rum, ne? Ich muss jetzt sowieso gucken. Also ich werde sagen, wir beenden jetzt hier erstmal die Aufnahme. Ich gucke mal, ob es für YouTube reicht. Ansonsten gibt es heute noch eine Folge. Zumindest hier auf Twitch. Und, ähm. Sollte es gepasst haben, dann sage ich trotzdem erstmal Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käse, Kuchen. Für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Spare Break auf der Xbox One X. Bis dahin. Haut rein. Euer Sonny G. Ciao. Ciao.